Bist du eine Polygrafin oder ein Polygraf? Hast du bereits seit ein paar Jahren Druckereierfahrung? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir sind ein 15-köpfiges Team für Grafik, Druck, Web und Film. Und wir suchen dich! Du produzierst Druckaufträge im Digitaldruck oder bereitest sie für den Offset-Druck auf. Auch das Layout von diversen Drucksachen gehört zu deinen Aufgaben. Und falls du noch mehr lernen willst, umso besser, denn wir programmieren unseren Kunden auch Webseiten und produzieren Firmenfilme. Das Arbeitsklima bei uns ist einzigartig. Aber wir tun auch viel dafür und pflegen den wertschätzenden und kollegialen Umgang miteinander. Wir organisieren viele Team-Events wie am Beachvolleyball-Turnier Rorschach auf der VIP-Lounge, den Weibenausflug im Juni, den Sommergrillabend bei uns im Garten, Weihnachtsfest und so weiter. Bewirbe dich jetzt unter dem Link hier unten. Auf unserer Jobseite findest du auch alle Infos und Benefize. Dein Lebenslauf reicht vorerst. Alles Weitere ergibt sich in einem persönlichen Gespräch. Ich freue mich sehr auf dich!